Es ist dem Feind belohnen, die Konten weiter Formationsvergleichen. Im Süden hat er geklazossen genommen und stößt auf Stahlsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marzdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht gedenken, Kräfte für einen Angriff massieren. Ein Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Nudel, Krebs und Vogel. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was mir war, ist die Meister-Felder-Felder-Sein? Jener haben wir verlogen, sondern ihr müsst uns! Die gesamte Gnöhnung sind nicht weit, als ein Haus, Niederverleitete Treue oder Zeiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrühten, ich sei Zeiglinge, verbreitete Tade. Herr Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Geerrechte des Vergeschmacks des 19.5. Sie ist ohne Ehren. Sie nennt sich Gemerale, weil sie da an Militärakademie zugebracht haben. Nur um zu Hause, sie wird besser glabbeln. Ich hätte gut daran getan. Und die Hörer hat sich mit der Lücke gelegt, sondern sie furchtbar. Ich bin zur Hölle, ich bin zur Hölle, ich bin zur Hölle. Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause, die es bis zu sein. Die Zahrauber erholt. Allein. Von allem, ich bin zu Hause, ich bin zu Hause, Es war ein wunderbarer Verrachter von 1000 Volken. Aber alle diese Frauen werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden so viel in ihrem eigenen Blut. Die Fels sind nicht in Wendelsbrot. Es ist nicht nur möglich, sich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, mein Herr, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, ehren Sie sich der Wald, wären gar nicht wie eine Kug durch den Kopf. Die Fels sind nicht in Wendelsbrot. Die Fels sind nicht in Wendelsbrot. Die Fels sind nicht in Wendelsbrot. nicht in Wendelsbrot. Die Fels sind nicht in Wendelsbrot.